Okay, trank den mir auf jeden Fall auch mit. Wer hat denn doch noch einen? Warum hat das nicht funktioniert? Alter, Wasserwalking nehmen wir jetzt auch mit, weil man kann so viel, ich weiß, auf Feuer denn auch laufen. Alter. Das riecht mir jetzt total auf. Okay, den nehmen wir auch mit. Nehmen alle Tränke mit, die man mitnehmen kann. Haben wir hier noch mehr? Alter, geht mir da unten nicht auf den Sack, ehrlich. Kommt rein, stirbt. Alter, ich hab gesagt, stirbt. So, Tür zu. Und rüber. So, jetzt befürchte ich, wir müssen erstmal wieder eine Guide-Puppe sammeln. Ich glaub, wir haben gar keine mehr. Das ist natürlich sehr toll. Müssen wir jetzt erstmal in der Hölle die ganze Zeit Guide-Puppen sammeln. bis wir denn irgendwann mal eine kriegen. Oh, der noch mal der ganze Kampf. So, der nächste Kampf muss aber geschafft werden. Haben wir noch? Oh, komm, bitte. Wir müssen noch eine haben. Mann. Nein. Ah, das ist doch nicht wahr. Nein, das ist jetzt ehrlich nicht wahr. Das ist... Ich bin gerade traumatisiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist jetzt wirklich richtig schlimm. Aber wir müssen das doch schaffen. Ich mein, so schwer kann da gar nicht sein. Ich mein, es ist nur eine Fleischwand. Eine Fleischwand. Die kann nicht schwer zu besiegen sein. So, Dämonen. Dann kommt mal her. Ich brauch euch nämlich. Aua. Ich glaub, du scheiß Vieh. So. Geht weg. Mann. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr Verbesserungsvorschläge da habt. Falls ihr bis dahin nicht das geschafft habt, vielleicht doch. Aber dafür müssen wir ja jetzt erstmal eine Guidepuppe finden. Eine Fremdenführerpuppe. Alter. Ne, komm. Geh du mir jetzt nicht auch noch. Ja, komm. Ja, lass mir auch noch ins Feuer fallen. Genau. So ist richtig. Ärgert mich alle nur. Ja. Aber ich konnte mir am Ende auch nicht mehr fliegen. Ich konnte nichts mehr. Das war total schlimm gewesen. Da ging nichts mehr. Leute. Ah, wieder ein... Lava gefallen. Ja, super. Wo sind denn die ganzen verdammten Dämonen? Wieso kommt denn hier keiner? Ehrlich. Seht schon, wie die Folge heißt. Die Suche nach den Dämonen. Diese bescheiden Dämonen sich nicht zeigen lassen wollen. Ey, das kann nicht wahr sein. Puh. Da seht ihr, warum ich von diesem Boss so mega Angst hab. Weil er einen sofort brät. Das kann doch nicht wahr sein. Also, wo bist du? Nein. Muss ich jetzt Heiltrank nehmen? Oder geht das noch so? Das ist schon am Ende des Ganges, ne? Ja. Sauber. So, lass mal hier reingehen. Lass mal gucken, was hier ist. Nichts besonderes, außer Lava, in der ich fast reingesprungen wäre. Da ist einer. Aber der hat keine Guide-Puppe. Jetzt geht das los. Ich glaube, wir nehmen doch nochmal einen Mana-Trank vielleicht mit. So ein Schnell-Regeneration-Mana-Trank. Der hat eine Guide-Puppe. Gesehen. Und L-One. Sofort. Go, go, go. Gib die her. Meine Voodoo-Puppe. Ach, Voodoo. Voodoo-Puppe heißt sie eigentlich. Okay. Lasst mich jetzt bloß in Ruhe hier. Kein Nerv auf euch. Jetzt gehen wir da ein kleines Stück hier eben zurück. Ähm. Gehen wir nicht auf den Nerf, habe ich gesagt. Ja, klar. Stürb. Mann. Ja, Toys. Ich will jetzt nicht unbedingt den Heiltrank benutzen. Da warten wir jetzt mal ganz kurz. Hier drin. Hoffen, dass diese Viecher nicht die ganze Zeit hier kommen. Komm. Stirb. Du, Kleiner. Ah. Mann, ey. Jetzt bin ich aggro. Glaube ich. So, fliege dagegen. Ich komm. Stirb. Wenn ich nichts tun muss. So, und jedes Vieh, was jetzt kommt, das soll ich daran verriken. So. Lass uns mal besser auf die andere Seite. Ah. Wie klappt das denn auf der Seite? So. Yeah, wir sind ultimativ geschützt. Okay, ich nehme einen Heiltrank. Damit es nicht ganz so lange dauert. Und jetzt habe ich B gedrückt. Nein. Ich Idiot. Okay, dann müssen wir jetzt loslegen. Ähm, und das heißt... Guidepuppe. So, und jetzt geht's wieder los. Wo bist du? Wir haben kaum noch Munition. Nein. Wieder ein Fehler. Boah, ich bin noch bescheuert. Kann da schon wieder nichts werden. Ohne Munition. Diese müsste theoretisch jetzt direkt in den Nahkampf gleich gehen. Schon. Und das kann nicht werden. Das ist ja, ich bin noch nicht ... So, ich bin noch nicht ... Okay, ich bin noch keinen ... So, ich bin noch nicht. Okay, ich bin noch nicht. So, ich bin noch nicht amuest. Tut mir leid, dass ich gerade so ruhig bin, aber die Hälfte haben sie. Jetzt stottert das auch noch. Jetzt stottert das, ich glaub's nicht, ehrlich. Du willst mich doch verarschen. Komm, wir müssen das jetzt schaffen. Jetzt bin ich range. Jetzt komm her, du kleine Scheiße. Entschuldigung, dass ich jetzt hier ein paar besondere Flughaustrücke benutze, aber diese Wand gibt mir so derbs auf den Nerv, ich muss es schaffen, ich muss es jetzt schaffen. Komm, 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 fliech weg da, fliech weg, fliech weg. Mit Sicherheit, 3000 hat sie noch, wir haben kaum Leben noch. Eieieiei. Treff mich doch nicht die ganze Zeit. Du Scheißwand. Fleischwand ehrlich. Wir sind auf diese Idee gekommen, Fleischwand. Ja, komm, lass mich. Nein, 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 nein. Hier läuft schon wieder alles schief. Nein. Jetzt kommt da auch noch so ein enger Gang. Wie hat die Wand noch? 2000 noch. Und wir sind fast tot. Komm, 10 Sekunden noch, 10 Sekunden noch. Die muss ich durchhalten. 2, 1. Die Portion konnte ich nehmen. Okay. Scheiße, wir hätten ihn jetzt schon besiegt. Wenn ich doch nur Dings hätte. Fällig. Wie viele haben diese kleinen Würmer denn an Leben? Dass ich keinen Faith kriege. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Nein. Shit, 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 shit. Das wird wieder nichts. 1.500 nur weil ich keine musikion dabei hatte es kann doch nicht wahr sein nein drittes mal gefällt ja super kann ja nur besser werden na komm die weg brauche ich nicht es kann nicht wahr sein ja die weg ich mag dich hier nicht so wir haben hier echt keine guidepuppe ich dachte wir hätten hier noch eine mach doch keinen ernst mann na komm hier packen wir noch dazu ach super ehrlich ich kann doch nicht wahr wieso ist der denn so schwer und jetzt müssen wir wieder eine guidepuppe finden erst ich kann ja wieder jahre dauern oh nein macht doch keinen ernst bitte nicht nein 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 das darf nicht wahr sein wir müssen eigentlich alles haben nochmal gravitationstränke herzustellen genau so und die pack ich mir jetzt extra da oben hin so ne gehe ich zu und dann hier misst da sonst was und er soll mir jetzt mal schön viele kugeln verkaufen ja los 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 das nur weil wir keine musikion hatten wir hätten es geschafft wir hätten es dieses mal wirklich aber nein kommt deswegen sowas komm kann ich dir irgendwas verkaufen was ich jetzt nicht brauche hier zwei silber hier nimm das an weil ich es nicht haben will ja sauber hier asche kriegst du auch nicht für ein silber ja ja klar komm da will mich hier doch total abziehen das sind ja gerade viele kugeln mal mal War eigentlich auch der Dings-Trank gewesen, kurz wie das Spiel, na egal, so, ähm, wir brauchen Geld, ne, war das so, ja das war so, Gold-Coins, genau, ein Gold-Coin will ich und der Rest bleibt hier drinnen, verdammte Hacke, ja, es tut mir leid, dass wir jetzt schon das dritte Mal gegen ihn verloren haben, das dritte Mal, Mann, ich plamier mich hier grad völlig, aber ich hab ja gesagt, ich kann solche Spiele eigentlich gar nicht, aber, wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin, das wird ganz easy going, jetzt wollte ich schon fast ne Min... ich hab fast ne Minishark gekauft, nein, ich wollte auch die Munition, was am Tag, echt, ey, na los, gib mir die Gefühl der Munition, also gib mir die Munition ganz einfach, hm, alter, so, mehr, auf jeden Fall mehr, 500 reicht nicht, 661, äh, ist mein Mikro-Fautsch, schon wieder, manchmal krieg ich das ja auch gar nicht mit, ist mir aufgefallen, äh, so, nochmal 250, warte mal kurz, äh, so sollte es gehen, ich hoffe, man kann mich gut verstehen, so, wenn wir jetzt gleich ne Guidepumpe haben, dann werden wir diese Fleischwand sowas von zerlegen, aber sowas von, die wird überhaupt nichts mehr zu lachen haben, die wird heulen bis zum Abwinken. soo, mehr Munition, mehr Munition, wir brauchen mehr hier, es geht nicht. so 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 hier auf die acht mal eben mehr position kommt sollte mit einem reichen hoffe ich mal gut danke glaubt das reicht hier noch ein stern kann es jetzt auch haben verkaufen jetzt auch einfach ein bisschen platz habe so ich habe natürlich jetzt nicht mehr alle arten von tränke aber diese die ich hier habe die sollten eigentlich reichen heiltränke haben ja auch einigermaßen genug so das heißt wir müssen jetzt noch mal wieder so einen doofen typi mit einer voodoo puppe finden und wenn wir den gefunden haben dann müssen wir uns mit der fleischwand anlegen und dieses mal wird sie so was von sterben dass wir nur noch lachen können und die nur noch heulen kann ich sehe schon warum ist es hier so dunkel ja vielleicht zwei mal nur 50 schaden genau rein gefallen ist klar ich habe auch nichts besseres zu tun dann hier wenn ich würde denkt dass hier überall aber ich kann da nicht an den ganzen mist nicht daran käme wäre es sehr schön stirb lass mich in ruhe alter nicht tschüss kann es gleich gehen ich mag dich ja gleich schon mal hielten point nehmen vor ich hier noch vorzeitig fahre ja genau bevor ich noch vorzeitig verreck genau das werde ich wahrscheinlich jetzt auch noch tun jetzt bin ich gerade aggro also zumindest schon eine gewisse richtung aggro kann noch nicht wahr sein